BÄM! Ha! Drin! Aldemar HD Toll Guten Morgen! Hey Leute! Hier ist der Aldemar mit SlimeRanger Wir haben eine E-Mail, oh toll Und sind dabei zu paaren Ja? Ich hab mein großes Gesetz geändert, weil wir einfach keinen Platz haben. Wenn wir Platz hätten wäre das kein Problem Aber so? Nein. So, Mosaik Slimes und Red Slimes werden gemischt Ist die Frage ob das zu viele sind, das werden wir rausfinden Sobald die sich alle paaren So Dann fangt man an, meine Kleinen So, dann tun wir direkt den Füttertumat Speisen Oh, scheiße So, und die David Slime kommen hier hin Mit dem Flood zusammen Egal, die kommen auch erstmal da rein So Ach, guck mal jetzt, wie groß die sind, aber die Ringe sind okay Wie gesagt, das ist krank. Guck mal wie cool die aussehen Na gut, es geht Guck mal, dieses radioaktive Lächeln Was die haben So, jetzt müssen wir hinten noch die Dinger abreißen Und dann sind wir da durch Dann haben wir, die bleiben hier Das sind meine kleinen Spielzeug Spielgefährten, Spielzeugsgefährten Und dann haben wir das Und das wichtigste ist, dass ich immer genug Obst Ich habe für die kleinen Nervensägen Ich Muss gleich beim Rückweg hier nochmal vorbei Unbedingt Da sind wieder ein paar Hühner Ein paar Hühnchen Ein paar wunderschöne Hühnchen Oh ja, oh ja So, das haben wir auch gemacht hier Das Aschedingen Satt Aschedingen So, und Ist die Frage, was ich hier hin mache, ne? Ich glaube, da machen wir auch so ein Feuerding hin Ja, würde ich sagen Müssten gar nichts verbrennen, ne? Das ändert ja gar nichts Cool Äh, Fitzplots bin ich momentan immer nur in die Maschine Oh, was ist denn hier los? Warum fehlen hier Fitzplots? Die Leute, wo sind eure Nachtbahnen? Sind sie tot? So, besser Haben wir überall ein paar Okay, die wollten wahrscheinlich mit den Queerchen spielen Nachbarn besucht So, da ist alles durch Dann können wir, wenn wir nochmal Äh, die Expedition starten, wenn wir durch sind Was ist noch ein Huhn? Guck mal, hier muss ich, äh, äh Zerstören Haben wir denn hier noch irgendwas? Oh ja, guck mal, hier Huhn! Sehr gut Wäre halt irgendwie cool, wenn man irgendwie so Superhühnerfutter, äh, keine Ahnung Paarungsfutter Urbanisieren könnte Egal Wir müssen mal Geld scheffeln So, jetzt müssen wir das ganze Gemüse nochmal mitnehmen Äh, Obst und Gemüse Entschuldigung So So Oh mein Gott, zu viel hier Wollen wir erstmal Gehen wir erstmal in die Höhle Da müssen wir sowieso nochmal rein Bringst du mir was? Oh, feines Katzelein Machen wir hier erstmal die Gemüsebeppos Okay Da unten haben wir eigentlich nur Fleisch und, äh, Fruchtis Oh nein Immer noch zu viele Na gut, dann müssen die halt sterben Die brauchen auch Essen Hier muss ich mal gucken, dass die genug haben Oh Mann, ey So Meine lieben Freunde Ich weiß gar nicht, wo es Wo es am Bett Hier ist schneller, glaube ich Ach scheiße, ich glaube weit Da muss ich echt weit laufen Könnt ihr die auch zu Tarslimes machen und dann mit Wasser abschießen, ne Das ist eine gute Methode, oder? Grandios Wie die alle Angst haben, ohhhh Ich bin ausgebrochen Ich bin ein paar tot Tot Kuh 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 Oh, das ging aber schnell Und schon habe ich Ruhe So, jetzt müssen wir nochmal hier die Sachen einsammeln Häps Okay Okay Ja Okay Okay, okay Ja, und dann gehen wir hier oben raus Ich muss auch dann die ganzen Plot-Dinger abfarmen noch Hier ist alles gut? Nein, das ist nicht Wieder ein Ausbrecher mehr Wir haben ja Ersatz-Dinger Ja, die bleiben erstmal so Oder Ja, ich glaube die sind echt zu nervig, wenn die groß sind Deswegen lassen wir die mal So Blam 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 Badam bambam Badam bambam Badam bada 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 Badadabada Sehr gut, das funktioniert doch alles grandios Vielleicht muss ich jetzt öfter Plorts einsammeln, aber Oh nein, ich muss Plorts sammeln Ich habe ja so viele, oh So So Dann haben wir noch Minzis Minzmangos sind schon echt super, finde ich Man liegt doch alles durcheinander rum Alles Naja Soweit kommt es noch Nein Und die Katzen werden das essen Und dann werden sie zu Ihr müsst hier weg Es tut mir leid mit Slimes Ihr müsst, ihr müsst umziehen Ja Oh, guck mal wie die süße mich anlächelt Nein, du musst gehen Meine süße kleine Katze Mietzi So Tut mir leid, ich beherrsch mich Hä? Okay Das ist ein Dingensplot Ein Dingensplot Ha! Habt ihr das gesehen? Ein Meisterschuss Gibt es den auch? Bam Ha! Drin Ha! So Dann Bringen wir auch mal Gehen wir noch mal Joten durch Und sammeln Plots ein Plots Bei Slimes Plots bei Slimes Oh nein Die Arschgeigen Egal, wir haben ja eine Methode gefunden Ist ja nicht so das Problem mehr Arschloch Oh nein, ihr müht doch gar kein Obst Aber egal Okay, dann machen wir euch aus Aus euch Huresöhne Die könnten sich ja erstmal fressen Wie wär das? So Ich hatte eben ganz am Anfang mal Probleme mit Als ich das erste Mal Slamranger gespielt habe Komm, wie ist das doch? So Für mich reicht das jetzt Aber Hühnchen ist immer noch Boah, was ist denn da los? Scheiße Doch, das sollten doch so Dinger werden Doch, die sind doch gemischt Sollten sie ja Oh Seid ihr sauer? Wow Die sind sauer, die haben alle Hunger Ich habe aber kein Hühnchen mehr Stell nach oben Okay Okay Okay, so Dann gehen wir jetzt zur Steinhöhle Dann müssen wir da oben lang Und gucken wir mal Was wir so Feines bekommen haben Aber Hühnchen, ey Ich muss unbedingt Hühnchen farmen Die sind alle so sauer Die sind alle sauer und wütend Oh man, ich wollte doch die Dingels füttern Hab ich vergessen Die Dingels, Leute Ah, da ist es doch Ach, ich muss hier unbedingt mal So ein Ressourcen-Ding hin tun Wir wissen, was ich meine, oder? Sehr gut Ein Diamant Oh, Libiose Oh, eine Pumpe Hey, cool Das ist ja, glaube ich Irgendwas, was wir brauchen Ich weiß es nicht Irgendwas Bin ich irgendwie schneller lang? Indigonum Ich habe da nämlich auch noch einen Gordo-Slime gesehen in dem neuen Gebiet Die wollte ich füttern Aber die habe ich Habe ich, ne? Ach, den habe ich ja schon gelernt, ja Ne Blueprint Guck mal, wir haben Slime-Bühne Der muss noch unbedingt was machen Blaue Schleimlampe Butter-Kamera-Mell Teleporter So, blauer Teleporter Können wir machen Finanzieren Hexer-Wahrbefehl noch Pink Warp-Depot Pink ist Warp-Depot Ein Set von zwei Geräten Das ist dir erlaubt Ressourcen zwischen zwei Orten zu transferieren Wahrscheinlich immer nur eine Ressource Ja Aber die Raffinerie-Verbindung wäre vielleicht noch besser Aber wir machen erstmal den Teleporter Den haben wir jetzt Und das bedeutet Wir können auf Expedition gehen Ich muss noch in den Dschungel, ne? Warte mal Oh, ist alles vergammelt Na gut So Ich will die Äh Honigdinger hier Dingsen Da muss ich noch ein bisschen das neue Gebiet laufen, ey Übel Aber wenig Hexer-Waben, ne? Ich will keinen Honig Oh, guck mal Hühner Alles Gestrüpp-Hühner Gibt es noch mehr Gestrüpp-Hühner? Dann könnte ich direkt ein bisschen füttern gehen Nein 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 Was ist das denn da oben? Was haben wir denn hier? Ah Oh, was ist das für ein Grunder? Ach, hier sind die Pilze, da gibt es auch noch einen Gordo Oh Aha Blah, blah, blah! Okay, das sind nur fünf Hühnchen Na gut Das ist mal egal So, dann zurück Oh Kann ich dich nehmen? Oh, schade So, Expedition Also es ist keine Expedition, wir wissen ja, wo wir reden wollen Oh mein Gott, ey Ich bereue es jetzt schon Werfen noch grad Futter zu den einen Beppos Und dann müssen wir durch den Teleporter hier und dann sind wir dingst Oh mein Gott, wenn die ausbrechen, ne? Da Da, sie fliegt schon raus Das wird übel werden Da spielt der mit Okay, ich... Oh, guck mal hier, alles voll, ey Ich glaube, ich muss einmal lernen gehen Oh, das ist ein guter Ertrag Oh, ja Ach, Mist Oh Mann, wir haben einfach keinen Platz, Alter Komm, ich bring das alles in die Raffinerie und dann machen wir uns auf den Weg Damit könnten wir jetzt Geld machen, aber wir brauchen unbedingt Plauts in der Maschinerie Oh, ne, was ist denn da los, ihr blöden Arschgeigen Ich glaube, die brechen aus, weil sie das Essen auf der anderen Seite sehen Mein Gott, weiter, so Weg hier, weg hier, ich seh nix, seh nix, seh nix, seh nix Ah Geh weg, du blöder Schleim, ich hasse euch alle Guck mal, es sieht aus, als ich unsere Augen hätte doch nicht Okay Dann müssen wir jetzt los ins neue Gebiet und setzen dort ein Teleporter hin Endlich Hätte ich nicht bei Tag gehen können Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, seh nix, die haben wir auch Wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Haha, haha Oh man, wir haben keine Treibstoffe mehr Stamina Da ist ja ein riesen Gordo, guck mal da Ein Lava Gordo Aber wir haben hier keine Hühnchen Hier ist einer, oh, da müssen wir mit richtig vielen Hühnchen los Hä, oh Gott, Jesus Haha, Jesus So, da müssen wir hin Ach, da und dann da hoch eigentlich, ne? Ah, das ist ne Abkürzung Tadaa Tan-tan-da Tam-daa So, da sind wir, sehr gut, dann haben wir das schon mal Ah, Gott sei Dank Jetzt bloß nicht durch den Teleporter laufen, dann muss ich wieder hier neu hinlatschen Hebs Wäre sinnlos, wenn da schon ein Teleporter gestanden hätte, ich meine so Oh, da stand schon die ganze Zeit ein Teleporter an deiner Basis Sehr gut Da sind wir Okay, Feuerstums muss ich sammeln, erstmal einen Teleporter aufstellen Den stellen wir aber auf in der Mitte Sehen wir mal, wo diese Feuerstürme sind Das klingt irgendwie falsch, ne? Da wo immer die Feuerstürme sind, ne? Na gut Leute, wie auch immer Das müssen wir bei der nächsten Folge machen Immerhin sind wir schon mal hier Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Slime Venture Bis dahin, haut rein 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 Bis dahin, haut rein